In meinem nun zweiten Teil zum Thema Home Assistant Automatisierung möchte ich ein bisschen mehr noch auf die Grundlagen eingehen. Ja, wir starten jetzt nicht mit einem anderen Programmbeispiel, sondern ich möchte dir ein bisschen zeigen, wie man Fehler findet und so weiter, weil ich denke, dass dieses ganz wichtig ist, dass du dieses auch weißt. Los geht's nach dem Intro. Starten möchte ich mit dir zusammen natürlich im Home Assistant, ja, und dort mir die Automatisierung nochmal anschauen, die wir ja im letzten Video gemeinsam erstellt haben. Und hierbei möchte ich mit dir so ein bisschen mehr darauf eingehen, was man irgendwie sehen kann im Home Assistant, wenn irgendwas doch nicht so richtig laufen sollte. Denn das ist ganz spannend, denn man hat viele Möglichkeiten, dort nochmal zu sehen, okay, warum läuft die Automatisierung nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Ebenso gab es ja unter dem letzten Video viele Kommentare, die halt auch so ein bisschen die Übersichtlichkeit vermisst haben. Und auch auf diesen Punkt möchte ich hier nochmal eingehen in diesem Video. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann solltest du unbedingt auch einen Blick in mein Home Assistant Einsteigerseminar werfen. Dort erkläre ich nochmal alles von der Installation, was du beachten musst, wie du am schnellsten zum Ziel kommst, Szenen, Automation, Hacks, alles Mögliche, blende ich dir auch nochmal mit ein, was so die großen Themen sind, erfährst du und lernst du im Home Assistant Einsteigerseminar. Und in diesem Kurs zeige ich natürlich auch Automationen und wie du da am schnellsten ans Ziel kommst. Und unter anderem, muss ich sagen, gibt es auch einen kleinen Gutscheincode. Mit diesem Gutscheincode, der bis zum 25.8. gültig ist, hast du die Chance, den Kurs für 10% weniger zu bekommen. Das heißt, dieses Angebot solltest du dir nicht entgehen lassen. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch im Home Assistant und dort möchte ich dir natürlich jetzt einige Fragen nochmal beantworten. Ich bin jetzt schon im Home Assistant hier unter Einstellungen und dann Automatisierungen und Szenen. Und dort finde ich ja hier mein Programm, was ich zuletzt mit dir erstellt habe. Dort gehe ich mal rein. Und es gab ja jetzt öfter auch den Kommentar, dass das Ganze irgendwie nicht so richtig übersichtlich ist. Man weiß nicht irgendwie, ja, was da jetzt passiert. Und einer hat auch geschrieben, man muss irgendwie alles ausklappen, um halt zu gucken, was überhaupt dort passiert und so weiter. Und aus diesem Grund gibt es die Traces. Diese findest du hier oben rechts. Dort gibt es den Punkt Traces. Und wenn du dort mal draufklickst, dann hat man hier ein sehr, sehr cooles Werkzeug. Zum einen sieht man hier recht schnell in der Übersicht, worum es überhaupt jetzt hier gerade geht. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Trigger. Die sind hier oben mit dargestellt mit diesem Sternchen. Das sind so die Trigger. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Wege, die dieses Programm auslösen. Es gibt keine generelle Bedingung, denn die würde jetzt hier auftauchen. Und hier dieses Aber-Nur-Wenn. Diese Bedingung, die fehlt hier. Wir können die mal ganz schnell hier hinzufügen. Nehme hier zum Beispiel mal den Bewegungsmelder, der über 100 Lux sein soll. Speichere mir das Ganze kurz. Und wenn ich jetzt in den Traces hier nochmal nachschaue, dann sieht man auch hier, wir haben hier noch eine weitere Bedingung. Nehme das allerdings nochmal wieder hier raus, denn das soll ja nicht irgendwie großartig verwirren. Und wenn ich jetzt hier nochmal nachschaue in den Traces, dann ist das jetzt im Moment nochmal mit drin. Das ist nämlich der Zustand, wo das das letzte Mal ausgeführt worden ist. Ich springe nochmal ganz kurz zurück, wieder in die Traces rein. Jetzt sieht man auch, okay, wir haben jetzt keine Bedingungen mehr drin. Das heißt nämlich, dass in den Traces das letzte Mal, wo dieses Programm ausgeführt worden ist, hier mit dargestellt wird. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt hier. Ja, was sehen wir hier als nächstes? Wir haben jetzt hier unser Auswahlfeld. Auch das haben wir jetzt hier ja drin. Zwischen drei Aktionen wählen. Das hatten wir ja letztes Mal hier mit eingefügt. Und genau das finden wir jetzt hier auch wieder. Und haben jetzt hier immer die verschiedenen Wege, wie das Ganze ausgeführt werden kann, dieses Programm. Und das heißt auch jetzt zum Beispiel hier bei dem ersten Fall, dass hier diese Bedingung jetzt das letzte Mal nämlich auch dazu geführt hat, dass das Programm ausgelöst wurde. Hier haben wir wieder verschiedene Bedingungen. Auch da können wir mal draufklicken und sehen diese hier auch. Also hier haben wir Conditions, zwei Stück hier an der Zahl und sehen auch, okay, beide waren True. Und beide haben halt auch dafür dann gesorgt, dass dieses ausgeführt wurde. Und wir haben dann hier an dieser Stelle auch dann entsprechend unsere Aktion, dass das Licht eingeschaltet bzw. ausgeschaltet wurde. Wenn ich jetzt hier nochmal meinen kleinen Button klicke, dann wird die Automation wieder gestartet. Ich muss dafür aber immer wieder zurückspringen kurz und hier wieder rein. Und jetzt sieht man auch, jetzt ist hier der zweite Weg, die zweite Option, die halt dafür gesorgt hat, dass das Programm durchläuft und halt die Aktion dann ausgeführt worden ist. Hier der dritte Zweig, das ist ja der Bewegungsmelder. Das heißt, hier würde der Bewegungsmelder dann eine Bewegung erkannt haben. Dann würden wir es einschalten, eine Zeit lang abwarten und dann das Licht wieder ausschalten. Genau das haben wir ja im letzten Video auch zusammen erstellt. Und du kannst ja auch halt, wenn du zum Beispiel eine Automation hast und sagst, ja, die ist dann irgendwie ausgeführt worden um 15 Uhr, aber ich weiß gar nicht warum. Warum ist dann zum Beispiel das Licht angegangen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Genau, dann bringen die Traces dich auch weiter, denn du hast hier ein Auswahlfeld und kannst hier nochmal nachgucken. Ja, das hier ist das Testsystem, das habe ich gerade erst hochgefahren, darum sieht man jetzt hier nicht so viel drin. Aber du kannst halt hier nochmal zurückspringen und dir anschauen, okay, aus welchem Grund ist denn die Automation das letzte Mal hier durchgelaufen, um dir dieses hier nochmal mit anzuschauen. Ja, und ich denke, das ist ein ganz tolles Werkzeug, zum einen, um großen Überblick erstmal zu bekommen über eine Automation, wenn man irgendwie nicht mehr genau weiß, was man da überhaupt erstellt hat. Aber zum anderen auch ein ganz tolles Werkzeug, um nachzuschauen, warum denn welche Automation überhaupt gestartet worden ist, um das ganz genau nochmal nachvollziehen zu können. Ein anderer Kommentar, den ich bekommen habe, ist, das ist doch schöner wäre, das Ganze irgendwie in Textform zu sehen, um sehr schnell sich selber einen Überblick zu verschaffen. Auch das kannst du natürlich machen. Dafür klickst du hier oben auf diese drei Punkte und sagst dann hier in YAML bearbeiten. Und hier hast du dann den ganzen Code nochmal von deinem Programm und kannst dir das hier auch nochmal mit anschauen. Das heißt, auch hier hast du dann die einzelnen Conditions, um zu gucken, okay, wie ist denn die ID der Bewegungsmelder? Das haben wir auch alles erstellt und so weiter. Auch hier so eine Möglichkeit hast du, dir das auch hier nochmal anzuschauen. Wenn du zum Beispiel eine Entity-ID oder so austauschen möchtest, ist das eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit, dies zu machen. Aber ich sagte ja schon zu Anfang des Videos, dass ich ein bisschen mehr noch auf Grundlagen eingehen möchte, um halt dir das zu vereinfachen, wenn du eine Automatisierung selber erstellen möchtest. Und genau auf diesen Punkt möchte ich jetzt zusammen mit dir eingehen. Was ich nämlich sagen oder dir erklären möchte, ist, dass es wichtig ist, die Geräte, die angelernt sind im Home Assistant, die richtig zu pflegen. Und das ist eigentlich auch mit ein sehr wichtiger Punkt hier. Ich weiß, im IO-Broker, weil viele den IO-Broker kennen, darum erwähne ich das an dieser Stelle, gibt es die Ordnerstruktur. Und in dieser Ordnerstruktur kannst du dir dann Alias anlegen und so weiter. Das hast du hier im Home Assistant nicht. Umso wichtiger ist es dann dort auch, dass man die Geräte richtig pflegt und hat auch sehr viele Vorteile durch. Starten wir darum mal in die Einstellungen oder in den Einstellungen und klicke hier auf den Punkt Geräte und Dienste und hat hier ja oben den Punkt Geräte. Ja, und hier habe ich jetzt alle möglichen Geräte, die halt jetzt angelernt sind, hier im Home Assistant. Das ist, wie gesagt, meine Testumgebung. Darum ist das hier nicht so ganz so viel wie jetzt bei dir zum Beispiel, bei dir zu Hause oder in meinem Produktivsystem. Auch dort habe ich viel, viel mehr. Schauen wir uns doch mal die Schreibtischlampe an. Wenn ich hier draufklicke, dann habe ich hier jetzt ja die Schreibtischlampe ganz normal, kann die hier einstellen oder ausschalten. Solche Möglichkeiten habe ich hier. Habe halt hier noch Sensoren, alles Mögliche und kann natürlich auch sehen, ob in irgendeiner Automatisierung, Szene oder in einem Skript diese Schreibtischleuchte irgendwie mit auftaucht. Finde ich auch ganz wichtig, dass hier solche Punkte mit dargestellt werden. Ebenso sieht man hier ein Logbuch und das finde ich auch ganz spannend, dass man hier auch sehen kann, okay, wann ist denn diese zum Beispiel eingeschaltet worden und wann ausgeschaltet worden. Hier zum Beispiel vor einer Stunde ist diese eingeschaltet worden und dann vor einer Stunde auch wieder ausgeschaltet worden. Ja, ist ganz normal, weil ich mich ja auch ein bisschen bewegt habe und so weiter. Aber worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte, ist, dass man diese Schreibtischleuchte oder dieses Gerät auch pflegen sollte, in welchem Raum die jetzt zum Beispiel ist. Dafür klicke ich hier oben auf dieses Stiftsymbol und kann jetzt hier den Bereich auch festlegen. In meinem Fall jetzt das Büro Stefan, denn wir sind ja hier in meinem Büro. Und das finde ich schon mal einen sehr wichtigen Punkt, dass ich halt auch sage, okay, das ist ein Licht, das zum einen und das Licht befindet sich bei mir im Büro. Warum sage ich das jetzt mit dem Licht nochmal so eindeutig? Darauf möchte ich jetzt auch nochmal kurz zu sprechen können, denn es kann ja zum Beispiel sein, dass du bei dir irgendwelche Zwischenstecker hast. Ja, hier zum Beispiel so ein Shelly Zwischenstecker, da ist er, so ein Shelly Zwischenstecker, wenn du den bei dir halt hast und daran irgendeine Lampe angeschlossen hast, dann ist der Zwischenstecker eigentlich eher eine Lampe und kein Switch in dem Fall. Und auch da macht es Sinn, dass man sich das Ganze im Home Assistant nochmal richtig einstellt und konfiguriert. Und das machst du auch ebenso hier in der Geräteübersicht. Dafür springe ich jetzt mal in mein Produktivsystem und klicke hier bei der Shelly-Integration auf den Punkt 8 Geräte, sodass ich dann halt sofort die Übersicht habe über meine Shelly-Geräte. Du siehst hier halt auch, der Gerteilreiter ist der gleiche, nur dass hier ein Filter angewandt worden ist, um halt nur alle Geräte von der Shelly-Integration darzustellen. Und wenn ich jetzt hier schaue, dann habe ich hier zum Beispiel eine Steckdose hier. Und hier nun in der Übersicht, da sehen wir ja, dass es im Moment hier ein Switch ist, wie du sehen kannst. Steuerelemente, Switch, Null, ist keine Lampe dran angeschlossen. Um das jetzt zu ändern, springst du oder klickst du hier einfach direkt auf die Entität und kannst hier das Ganze natürlich jetzt steuern, ein- und ausschalten, aber du kannst hier auch auf dieses kleine Zahnrad-Symbol klicken und hier sagen Anzeigen als. Und das ist im Moment hier als Schalter. Ja, ich möchte das allerdings nicht anzeigen als Schalter und auch nicht als Steckdose und auch nicht als Abdeckung steht hier immer noch, das ist ein Rollladen. Ich möchte, dass hier als Licht angezeigt wird. Und entsprechend aktualisiere ich dieses jetzt. Und jetzt sieht man auch schon, okay, jetzt habe ich hier immer noch die Steckdose, aber hier ist das Lampensymbol schon mal. Und auch hier sehe ich jetzt, wir haben eine versteckte Entität und wir haben jetzt hier diese Lampenentität auch. Und dieses bringt uns einen ganz großen Vorteil, denn was hier automatisch erstellt worden ist, ist ein sogenannter Helfer, findest du dann hier und hast hier dann auch dann vom Carport jetzt hier Steckdose Switch und das ist Gerätetyp eines Schalters ändern. Was für einen Vorteil hat dieses jetzt für uns? Das ist ganz einfach, dafür springe ich wieder in mein Testsystem, in eine Automatisierung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier nicht nur eine Lampe ausschalten möchte, sondern ich möchte jetzt alle Lampen zum Beispiel in einem Raum ausschalten, dann kann ich das hier ganz einfach ändern und sagen, dass wir hier einen Bereich auswählen und in diesem Falle das Büro Stefan. Und in diesem Falle wird sie eingeschaltet werden, aber es würden alle Lampen ausgeschaltet werden, die sich in diesem Raum befinden. Wenn du irgendwann später noch eine weitere Lampe hast und die diesem Raum hinzufügst, dann brauchst du die ganzen Automationen gar nicht abändern, sondern würdest nur halt diese Lampe nehmen und die dem Bereich, also dem Raum hinzufügen und kannst so alle Lampen ein- und ausschalten. Und das finde ich sehr, sehr praktisch hier am Home Assistant. So habe ich zum Beispiel das so geregelt, dass wenn wir abends ins Bett gehen, ich dort einen kleinen Taster habe, drücke ich auf diesen Taster drauf, dann werden alle Lampen halt ausgeschaltet im Haus und auch draußen und das passiert automatisch, weil ich einfach nur die Bereiche ausgewählt habe. Du könntest sogar noch weitergehen und hier nicht den Bereich auswählen, sondern zum Beispiel das Obergeschoss oder wenn du dort halt noch mehr angelegt hast und auch dem Lichter hinzugefügt hast, könntest du halt sagen, dass das ganze Haus ausgeschaltet wird. Also müsstest du noch nicht mal in die einzelnen Räume gehen, sondern könntest das auch hier auf die oberen Ebenen halt ein- und ausschalten. Und das finde ich sehr praktisch, muss ich sagen. Und diese Punkte wollte ich dir jetzt einfach noch mal kurz mitgeben hier in diesem Video. Das heißt, ich möchte dir einfach noch mal ein paar mehr Grundlagen geben, bevor wir dann wirklich die nächsten Schritte halt in Automatisierungen gehen, wo wir einfach noch mehr ins Detail gehen. Falls du irgendwelche Wünsche hast zum Beispiel und sagst, man Stefan, das wäre toll, wenn du das in den Videos mal erklärst, gerade für Einsteiger, dann schreib mir dieses unbedingt mal in die Kommentare. Da bin ich ganz gespannt auf dein Feedback. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich tierisch über einen Daumen hoch von dir und über ein Abo von dem Kanal. Ebenso noch mal der kurze Hinweis, du solltest nicht verpassen, den Rabatt mitzunehmen vor meinem Home Assistant Kurs. Und ebenso bedanke ich mich natürlich hier fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020